ja hallo ich bin es wieder erkannte mir ja hier willkommen zum zweiten part und ich spiele eigentlich direkt weiter also ich habe kurz eine pause gemacht ja aufnahmequalität ist okay bin einverstanden also habe ich jetzt nichts weiter geändert so wir machen jetzt weiter müssen wir müssen raus können wir das ist cool ich wollte gerade sprinten mit L3 aber dann passiert das hier kommt da gerade jemand rein okay die wollen rein anscheinend ja schätze ich mal oh wow wir können uns wir können uns anscheinend auch teleportieren schon wieder verschlossen alter das ist ja was zu sammeln ich kann da nicht rein wie komme ich dann nebenwaffen okay okay weiter geht's weiter geht's können wir hier raus jetzt lockt alter müssen wir da lang nach unten geht's lang ich sehe schon ah shit wir verlieren schon übel viel leben ne alter okay ausweichen immer schon okay ausweichen nutzer so ausdauer wir haben auch sowas wie ausdauer das ist das ist von der spielmechanik eigentlich genauso wie platform wie ich jetzt gerade merke keine menschen mehr okay das ist das okay okay ich muss mir der steuerung jetzt noch klarkommen die ganzen fähigkeiten muss jetzt alles entdecken und sonstigen kack die musik gefällt mir der lag war so ne alter alles verschlossen ne das ist voll cool alles verschlossen warum ist das alles verschlossen ich will ich will da kann man später auch sich in sachen reingraben oder so da lag was geld wahrscheinlich ja nimm auf dankeschön ja schillinge also mir gefällt das jetzt jetzt noch mehr weil keine ahnung die musik passt gerade irgendwie voll gut was will london hat to say to me kommen wir da rein alter alles verschlossen alles einfach verschlossen oder was ne weiteres verschlossen Die ganzen Straßen von London wurden ein Mausoleum. Der Mann wurde von allem Blut getrennt, aber trotzdem kann ich den Schmuck. Ich folge den Schmuck. Vielleicht wird es mir zu meinem Schmuck. Gott, Blut. Der Schmuck ist so stark. Wo ist alle? Noch ein Unterschlupf freigeschaltet. Ist hier was? Ja, da sind die Blutsporen. Ach so, da sind die Blutsporen, die draußen sind, oder? Okay, hier kommen wir nicht raus. Okay, das ist einfach nur ein Unterschlupf. Okay. Habe ich jetzt alles aufgefüllt? Ah, eine Werkbank. Okay, okay. So. Wie die ziemliche Behandlungen. Das ist jetzt zu stärken. Waffen, Aufwertungen. Okay. Ja, ich habe nichts davon. Aufwerten. Können wir das jetzt schon machen? Anscheinend noch nicht. Noch können wir nichts machen. Nein, die Uhr. Okay, jetzt habe ich das doch unnötig verwertet. Oh, sorry. Haha. Geil. Jetzt habe ich wieder was vollunnützes gemacht. Speichert man auch so? Ne, das ist automatisch. Na, jetzt wieder genug XP, um irgendwie noch irgendwas zu verbessern. Wir haben jetzt 500. Ne, komm, wir kaufen uns einfach mal die Sperre, die wir haben. Ach, die kosten 1000. Ai, ai, ai. War das da irgendwas, was wir uns holen können? Auch 1000. Ai, 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 ai. Schnelle, fester Biss, erhöht Schaden. Ein bisschen Kampferwenden. Wird okay. Lebensbocken. Okay, das ist das, glaube ich, kostet das nur 300 Jahre. Okay. Nein. Äh. Ja, sonst den Rest gucken wir uns dann an, wenn wir uns den holen. Bestätigen wir jetzt einfach mal. Ich setze mich mal kurz anders hin. Hey. Die folgende Nacht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, verdienen wir Punkte dadurch, dass wir töten, kämpfen, was auch immer, ne? Und da geht es jetzt schon weiter. Oder war da was? Das ist wunderschön. Der Weg ist sehr erratisch. Als ob der Mörder getrunken oder hessisch. Ich habe noch nie zu Ende. Ein kleines Leben. Es ist lockt. Können wir mit ihnen reden? Ja. Mein Gott, Herr. Du siehst wie Jonas' Wail. Ich habe dich aus der Hölle. Wollt ich dir einen Drink? Nein, danke. Ich bin nicht... nicht faszinierend. Oh, geh mal einen Stuhl und ein Rieschen. Das wird noch eine lange Nacht sein. Warum wird es eine lange Nacht sein? Du musst hier neu sein. Wollt ihr nicht über die Mörder sein? Sag mir noch mehr über diese Mörder. Jeden Morgen, für die letzten paar Wochen, haben die Körper gefunden. An diesen schmerzen Schäden nicht sterben. Haben die Polizei irgendwelche Lieden auf einen Suspekt? Äh, sogar bevor die Ausbreitung kamen die Koppers hier nicht. Wir sind selbst. Die Menschen sterben in diesen Teilen immer wieder. Und niemand geht. Ja, stunde. Ich suche jemanden, die hier durchgebracht hat. Ich wusste, ob Sie sich helfen können. Es ist ein Schmerz. Die andere Person, die ich gesehen habe, hat ihn direkt nach seiner Wohnung. Ich dachte, dass er ziemlich schade ist, eigentlich. Du meinst, dass er noch hier ist? Ja. Er hat die ganze Woche bezahlt. Wie lange hat er hier gelebt? Er hat die Wohnung ein paar Tage vorhin gesagt, wenn er rauskommt. Wer ist dieser Mann? Wie sieht er aus? Er ist ein Mann, glaube ich. Er ist gut, er ist gut, sehr verehrt. Er ist ein Professor, oder etwas wie das. Er schreibtisch. Er schreibtisch. Ich muss diesen Mann treffen. Ich habe... Fragen. Er schreibtisch. Er schreibtisch. Er schreibtisch. Er schreibtisch. Er schreibtisch. Er ist still awake. Und, äh... Ja. Es ist kein lustiges Geschäft. Hörst du mich? Es ist eine respektive Beziehung. Ist er dumm oder was? Ich kann mit allen reden. Okay, ich rede mal mit der, weil die es gut am Wegwischen. Hallo, Sir. Oh. 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 Die Autorität macht nichts? Nichts. Es gibt so viele Quarantäne-Zone in London. Es hat wirklich schwer zu reisen über die Stadt. Die Verkaufgaben? Was kannst du sagen über sie? Die Körper gefunden in den Straßen, jeden Morgen. Er schraubt von Blut. Es ist einfach schrecklich. Alguns sagen, der Sewardog ist zurück. Der Sewardog? Was ist das? Noen weiß. Die Leute immer wieder auf diese Teilen. Die Ärzte sagen, es ist der Sewardog, der rauskommt, um zu füllen. Aber jetzt ist er in den Straßen zu töten. Ich gehe dann. Danke. Okay. Ich gehe mal weiter. Also die konnten mir jetzt auch nicht helfen, ne? Und die erste Tür. Das ist kein Platz für dich. Pre-Wed hat mehrere Patrollen, die die Umgebung auf dem Bereich. Sie müssen mich nicht. Aber sie suchen Vampiren. Und sie sind die meisten effizienter. Sie werden nicht verlassen, bis der Verkaufgabe wurde. Ich habe ein gemeinsames Objektiv, aber ich brauche das. Ich glaube, jemand wird sich überraschieren. Lass uns. Oha. Das... Ich habe gerade ein Gorch gehört. Lass uns, Vampire. Wer bist du? Ich... Ich meine, du hast keinen Fehler. Du sagst, es ist ein Vampire. Präsent dich selbst. Ich... Ich brauche... ...es Wort. Mit... ... irgendjemandem. ... ... ... einfach nur wow das lässt sich einfach nur hin und ja ok kann damit kann ich nicht helfen und wer könnte du sein? ich bin nicht sicher dass ich es mehr weiß alter ich hätte das jetzt so gefragt ich habe in meinem Raum in der Mitte der Nacht pale als ein Korps und schlägt wie ein Baum also bitte, mich zu entdecken etwas, etwas, jemand ist zu entdecken die Leute in fact, sie zu töten sie zu töten die Karte von einem Vampire wie du das sind alles gute mögliche, weil aus dem einen kann das nächste kommen aber ich, ich, ja, ich will wissen warum der das weiß wie wäre das? ich habe meine secrets wie Sie haben Ihre dann, wenn Sie nicht ein Vampire wer oder was sind Sie? Dr. Edgar Swanse of the Brotherhood of St. Paul I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on I heard another voice, that of a woman who were you talking to? you ridiculous I have no idea what you're talking about something tells me not to trust you then the feeling is mutual and what exactly is this brotherhood? sir, if the name is not familiar to you then we shall discuss it another time what have you uncovered concerning the murders? it started a few nights ago rumors of violent murders the docks have always been shall we say somewhat unsavory but this is different how different? a vampire is at work here famished reckless it must be brought to ground and quickly then help me find the culprit I may if you'll first tell me why you opened this door I followed a trail the scent of blood from a recent victim it led me here you thought I was your aggressor? that explains a great deal we are both chasing the same shadow a shadow indeed yet I heard his voice in my head there was a moment I believed I was mad you should let me handle this affair you've no idea what you're up against no I will find the monster he is mine how will you do any better than I? but then let me ask you this what are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions hmm hmm then I can only wish you good hunting and pray we shall meet again interesting 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 I cannot enter if Swansea is not my attacker it means somebody else came here tonight someone must know something good evening sir I wondered if I could ask for your help wow you look like you need a drink yes I apologize for my outfit it's been it's been a long night I've been there seen that don't worry things can only get worse has anybody entered the bar recently? can't say sorry I'll spend the night making love to that gorgeous bottle you see this is important sir are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care this is a free country people still have the right to come and go, don't they? what's going on around here? it's like everybody is hiding you must be new here have you not heard about the murders? everybody fears the return of the sewer dog you make it sound like it's a fairy tale people will always believe in monsters it's easier than accepting their own darkness we can all be monsters who is this sewer dog? it's a local bogeyman convenient answer for every crime that happened for decades you murdered someone blamed a sewer dog eh? I'll leave you to your bottle then and here have I here schon gesprochen weiter geht's gehen wir auf die suche kann ich durch? ja können wir anscheinend I will get to the bottom of this intrigue what's been done to me to the city muss ich jetzt da hoch? befrage die Einwohner hab ich doch schon gibt's da noch mehr Leute die ich befragen kann? oder? ach nicht keine Blutspritzer mehr da hinten muss ich hin ok komm ich frage die Anwohner jetzt äh ein zweites mal nochmal die Dame das ist die einzige das ist die Einzige woher wir hatten ich fühle ich fühle deine Angst bitte erzähl mir was passiert das ist Will William Bishop er kam in hier heute Nacht und er ich dachte er wird jemanden erzähl mir über das William Bishop Will war der schief und mit dem die 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 Okay, es zeigt mir also die Blutqualität an. Mit dem habe ich gerade eben gesprochen. Willkommen zurück. Hast du gefunden, was du nachher warst? Ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Sind Sie sicher, dass niemand anderes in deine Bar kam, bevor ich gekommen bin? Hey, ich habe gesagt, du wärest nur ein Freund, den ich hatte. Tom, sprich mit mir über die Besuchung von deinem alten Freund, William. Ja, Will kam heute Abend, aber er ist nicht mehr mein Freund. Ich muss ihn finden. Es ist eine Sache, dass er nicht mehr, was er ist. Du kennst dich, wo er ist? Du kannst ihn versuchen, dass er seine Baut. Es liegt bei der Nordpere. Er schwebt da, wenn er zu viel, um nach Hause zu kommen. Bitte, ihn zu mir beschreib. Was hast du erwartet? Er ist ein tall, sicker Mann, mit einem baden, rasch und tallen alten Kleidern. William war sehr stark, jetzt ist er ein Buss. Danke, Tom. Wenn du ihn sehen möchtest, sag ihm, ich will ihn nicht zurück, wenn er seine Aktion abkommt. Okay? Okay, wird gemacht. Kann man jetzt da raus? Ja, also, nee, wir müssen da, da, da hin. Achso, okay, okay. Ich habe es schon gerollt. Okay, äh, bitte mob mich nicht. Okay. Okay. ich habe mich gerade das ist zu der zeit des ersten weltkrieges ich glaube schon oder oder später das noch ein paar jährchen vor davor ich glaube schon kann gut ich weiß es nicht ich weiß nicht wer ist bei den boten da ist er das mann hat jasping trainiert blot this man was armed he tried to defend himself this corpse has been tried of its blood just like the previous victim what's this some sort of note blood and empty gin bottles this bishop fellow is something of a heavy drinker there are blood splats on the other side of the canal okay gucken wir uns kurz mal die notizen an ich habe doch gerade eben die notizen aufgesammelt die leiche weiter folgen der leiche sage ich schon dem killer ich muss doch da lang okay ich bin gerade dezent verwirrt das ist das muss ich in betrachten ziehen dass es möglich ist ich muss irgendwie mal die fähigkeit anfangen zu benutzen es locked all right over there es 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 Let's head back to a warm fire. Shut up, man. You have an arm... No time I can remember. But I've only been to part of the garden three weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Open it up! There's one of them vermin! Go! Get down! Fuck! He's being better! He's being better! He's being better! Au! Au! Ey, die Kampfeinlagen, also, das sind echt jetzt so Sachen? Kannst du... Aha! Aha! Man braucht da so... Okay, das... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, das... ... das macht echt Sinn. Also, wir müssen quasi unsere Fähigkeiten noch aufladen. Bevor wir die benutzen. Wir folgen jetzt auf einmal den Weg. Neues Samue Objektchen. Ein weiterer Unterschlupf. ... ... ... Okay. Komm, wir gehen zuerst mal nochmal in die Bergbank. Vielleicht können wir schon mal ein paar Waffen verbessern. Ähm, anscheinend nicht oder ich bin einfach nur zu durch dafür. Liegt noch was.